Über 250.000 Euro Umsatz als Performance-Marketer für Immobilienmakler. Ich habe heute den Hans Schneider bei mir und ja, ich freue mich mit dir darüber zu sprechen, wie du dieses phänomenale Ziel erreicht hast. Deinen Award, den hast du hier, den kannst du heute mit nach Hause nehmen. Und ja, ich gebe dann erstmal dir. Vielen Dank, danke schön. Wie ist es dazu gekommen, dass du ja heute diesen grandiosen Award hier mitnehmen kannst? Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu euch hier nach Koblenz. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, indem wir mit euch sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und da werden wir wahrscheinlich heute ein bisschen tiefer einsteigen. Wir sind als Agentur jetzt natürlich schon länger am Markt, haben uns auf die Immobilienbranche spezialisiert, haben sehr viele Immobilienmakler, Immobilienunternehmer, Bauträger, Projektentwickler als Kunden. Und ich glaube, eines gerade in der aktuellen Situation, dieser Zinssituation, leichten Krisenstimmung, nenne ich sie mal, die wir aktuell haben, brauchen, glaube ich, Immobilienmakler, Immobilienunternehmer eines extrem und das ist Sichtbarkeit am Markt. Das ist mehr Aufträge, mehr Aufträge von schnell drehenden Objekten, mehr Aufträge von solventen Käufern, die auch die Objekte kaufen. Und da sind wir eine Agentur, die dabei sehr aktiv unterstützt, haben aktuell 160 Kunden in dem Bereich, machen das sehr erfolgreich und skalieren. Ja, cool. Wir werden gleich mal genau darüber sprechen, wie du den Immobilienmaklern hilfst und was so da eure Systeme sind. Und erst mal frage ich mich natürlich, wie kommt man denn zu sowas? Dass du dich in diesem Markt so enorm gut etabliert hast, wolltest du wahrscheinlich immer schon Immobilienmaklern helfen? Also es ist tatsächlich so passiert, ich habe mich schon sehr früh selbstständig gemacht. Also ich habe ein normales Abitur gemacht und neben dem Abitur habe ich damals tatsächlich eine ganz andere Richtung gemacht. Ich hatte einen Online-Handel für Software, für Computerspiele. Ich habe damals Minecraft verkauft. Ich war einer der Ersten, der praktisch über Ebay und Amazon so als Drittanbieter diese Minecraft-Codes verkauft hat. Und das ist ja nicht so ein Computerspiel, wo man CD-ROM in den PC tut und dann installiert man dieses Spiel, sondern man hat da so einen digitalen Schlüssel, so einen Key, den lädt man sich herunter und dann kann man den bei einer Plattform online einlösen und dann kann man sich praktisch dieses Spiel downloaden. Und es gab damals tatsächlich, dass nur bei großen Publishern, Mojang hieß er glaube ich damals, der Minecraft aktiv verkauft hat. Und ich war einer der Ersten, der es in Deutschland geschafft hat, mal mehr, also eine höhere Stückzahl an diesen Schlüsseln einzukaufen und eben dann auf Plattformen wie Amazon und Ebay weiter zu verkaufen. So und das habe ich mit 16, 17 ungefähr gemacht. Hat dazu geführt, dass ich dem Abitur knapp 2.000, 3.000 Euro im Monat schon verdient habe. Das war ganz geil. Und wie es halt so ist, wenn man noch zu Hause wohnt und ein bisschen mehr Geld verdient, sagen die Eltern, mach was Vernünftiges damit. Und vernünftig ist nochmal, das Geld richtig anzulegen. Zum Beispiel Immobilien. Und kam dazu, dass ich dann mit 18 meine erste Eigentumswohnung gekauft habe. Die war nicht teuer so, aber ich habe sie eben gekauft. Und so kam ich in diese Immobilienrichtung das erste Mal so richtig rein. Und habe dann sehr früh mitbekommen, dass es da draußen viele Immobilienmakler gibt. Ich kannte diese Zielgruppe früher noch gar nicht, aber habe sie uns erst mal kennengelernt. Makler, die praktisch toll Immobilienbestand haben, aber es irgendwie nicht schaffen, Marktzugang zu passen und Kunden zu bekommen, die die auch kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Käufer, Familien, Kapitalanleger, die Immobilien brauchen, aber die nicht richtig wissen, wie kommen die da eigentlich ran. Und es gab so einen Gap, also so eine Lücke zwischen Makler und Käufer, Verkäufer. Und ich habe überlegt, wie kann man das schaffen. Ich habe dann selbst angefangen, Webseiten aufzubauen für die Makler, Social-Media-Postings zu machen, so Bilder zu posten auf Facebook, Instagram für die. Und so kam ich dann in die Richtung rein, diese ersten Social-Media-Berührungspunkte mit der Zielgruppe. Und das hat sich natürlich nach und nach aufgebaut. Wir waren auch noch ein bisschen breiter damals aufgestellt und haben dann jetzt gesagt, vor, ich glaube, drei Jahren war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir fokussieren uns aktiv, fokussieren uns eben auf die Immobilien- und Finanzrichtung und sind eben jetzt, wie gesagt, da in die Immobilienbranche sehr stark rein. Und haben dann ganz klar gesagt, gut, was ist denn der Hauptschlüssel, den die Makler, Immobilienunternehmer brauchen, um zu wachsen, voranzukommen? Und das ist jetzt nicht nur schöne Designs oder schöne Social-Media-Postings, sondern es ist Performance-Marketing. Bezahlte Werbeanzeigen, wenn ich es nämlich schaffe, einen Euro in die Facebook- oder Google-Maschine reinzustecken und acht bis zehn Euro rauszubekommen, dann macht das Spaß, dann kann man wachsen, dann kann man skalieren. Und das haben wir gemacht und gut aufgebaut und haben heute da 17 Mitarbeiter und machen das einen lieben Langtag. Wahnsinn, krass. Ja, viele Zuschauer fragen sich dann, ja gut, wie lernt man denn überhaupt sowas? Du hast ja eben gesagt, du hast dann angefangen, eben Webseiten zu bauen oder Werbeanzeigen zu schalten. Wie hast du das damals dir selbst beigebracht? Also damals tatsächlich, das war anfangs viel Learning by Doing sowas. Also irgendwas probiert, geschaut, ob es gefällt, ob es nicht gefällt. Auch ein paar Online-Kurse gekauft tatsächlich. Ich hatte dann ein sehr intensives Praktikum gehabt bei einer Marketingagentur, wo ich ein Jahr lang war und da praktisch unbezahlt einfach gearbeitet habe und nebenbei sehr viel gelernt habe, wo ich auch noch sehr, sehr dankbar heute drüber bin, das gemacht zu haben und habe dann einfach sehr viele Erfahrungen mitgenommen und so weiter in der Form. Das ist der Punkt in der Form, wie ich da reinkam, wie ich mir dieses Know-how erst irgendwo angeeignet habe und dann, also ich meine, wir verwalten knapp 4 bis 5 Millionen Euro Budget jährlich aktuell und ich glaube ganz einfach, und das ist noch ein wichtiger Punkt, je mehr man Budget verwaltet und merkt, wenn man Geld investiert, was passiert mit diesem Geld auf Facebook, Google und Co., dann merkt man auch irgendwann, wie funktioniert diese Maschine. Also welche Werbeanzeigen kommen gut an, welche kommen nicht gut an, welche Funnels kommen gut an, welche kommen nicht gut an. Wie muss ein Text geschrieben sein, dass er einen Menschen zum Klicken und zum Konvertieren bewegt und das schafft man eben wirklich nur, wenn man wirklich sehr viel Zeit und auch viel Geld in diese Plattform investiert und ich glaube, das ist so der Schlüssel, wie wir eben oder wie ich mein Know-how mehr und mehr aufgebaut habe. Wenn du ein paar Jahre später angefangen hättest, dann wären wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir mit business.de beispielsweise diese Skills direkt auch schon, ja, an Leute, die sich selbstständig machen wollen, weitergeben. Ja, auf dieser Plattform kann man zum Beispiel auch lernen, eine Social-Media-Marketing-Agentur aufzubauen. Du hast dir das alles selbst beigebracht. Das gab es damals noch nicht, also es wäre geil gewesen, aber da war dir ein bisschen zu spät. Ja gut, du hast dann sozusagen auf längerem Weg dir das alles selbst angeeignet und wir haben ja eben gehört, du warst auch schon, ja, sehr geschäftstüchtig, auch schon neben der Schule dir sozusagen, ja, ein wirklich vielstelliges Einkommen quasi monatlich schon aufzubauen mit einem Videospiel Minecraft, natürlich sehr bekanntes Spiel auch. Wie haben denn deine Eltern so reagiert damals, als du dann nach der Schule, nach Abitur gesagt hast, jo, ich will jetzt auf diesem Weg weitergehen, mich selbstständig machen, weil der klassische Weg nach Abitur ist ja, du musst studieren gehen und so, dafür hast du auch dein Abitur gemacht. Ja, tatsächlich habe ich das auch angefangen, muss man sagen. Also ich bin nach Regensburg gezogen, wo wir auch heute unseren Unternehmensfirmensitz haben, habe dann da studiert an der Universität Regensburg, bin da tatsächlich auch noch drin, aber habe das noch nicht abgeschlossen. Also ich sage mal pausiert in der Form, das klingt immer besser als abgebrochen, weil so ist es tatsächlich noch nicht. Aber es ist einfach so, ich habe das drei Semester gemacht, wenn du nebenbei die Firma aufbaust und irgendwann merkst du, hey, zeitlich geht es irgendwie nicht mehr auf und du hast schon die ersten Mitarbeiter. Ich habe einfach gesagt, hey, ich möchte mich gerne fokussieren und ich war erst im zweiten, dritten Semester damals und habe gesagt, hey, ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich kann, was mir Spaß macht, was Erfolg bringt und das war eben das Unternehmen. Und so konnte ich auch so ein bisschen meine Eltern besänftigen, weil ich einfach gesagt habe, hey, da ist noch ein Studium und vielleicht mache ich das irgendwann noch zu Ende. Schauen wir mal. Hörbar. Gut, wie bist du denn sozusagen auf uns aufmerksam geworden und hast dich dazu entschieden eben, ja, mit deiner Expertise den Immobilienmaklern anzubieten? Auf euch aufmerksam geworden bin ich tatsächlich über ein Event, war es glaube ich damals. Das ist ja schon ein bisschen her. Ich glaube, das war 2018, 2019 damals. Auf der Contra habe ich Markus zum ersten Mal gesehen. Wir hatten da damals einen Stand gehabt auf der Contra und haben mit ihm ins Gespräch gekommen und ich war tatsächlich erst mal so auf Abwehrhaltung. So, hey, ich kann alles, ich kann alles besser, ich weiß alles in der Form. Das ist halt einfach, wenn man jung ist und man hat irgendwie schon gutes Geld verdient, hat man irgendwie so ein Ego-Problem ganz häufig. Und brauche ich das nicht, brauche ich nicht. Und dann hat bei Markus vieles gesagt, hey, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. Und ich habe das erst mal so weggeschoben und gesagt, nee, nee, ich mache das schon richtig. Aber diese Worte haben so nachgewirkt in meinem Kopf, dass ich mich, ich glaube, dann ein paar Wochen später aktiv bei euch eingetragen habe auf der Webseite, das Gespräch hatte da mit einem Strategieberater aus eurem Team und dann auch gleich gekauft habe. Und das war der Punkt. Also es hat auf jeden Fall nachgewirkt, weil ich da auch wirklich reflektiert habe, hey, er hat recht mit dem, was er sagt. Ich bin noch ganz am Anfang und es ist absolut falsch und das weiß ich heute besser denn je zu glauben, man weiß alles, weil man weiß eigentlich gar nichts. Man kann sich immer weiterentwickeln und gerade das Know-how, was ihr habt und Bereiche, die uns massiv vorangebracht haben, wie Prozesse, Mitarbeiterführung, dieses vom Selbstständigen zum Unternehmer zu kommen, was ja so meine Entwicklung mit euch aktiv war, das war verdammt wertvoll. Das hätte ich, glaube ich, so da nicht in der Form hinbekommen und auch in der Geschwindigkeit nicht geschafft. Erinnerst du dich noch an irgendwas Besonderes, was Markus damals gesagt hat, was dich jetzt dazu verleitet hat, dich einzutragen bei uns? Ja, das war schon so. Also eine Sache weiß ich noch und die eine Sache war, hey Hans, wenn du so erfolgreich bist, wo ist deine Rolex? Das hat er gesagt. Und ich brauche keine Uhr. So und so. Nee, wo ist deine Uhr? Ich habe keine Uhr. Ja, okay. Das war so die Aussage. Aber es wirkt nach. Er hat recht gehabt. Es ist so. Also es ist tatsächlich so. Und es ist auch völlig okay. Man ist ja als Unternehmer, gerade als junger Typ, ist man so ein rot-ego-getriebener Typ. Da brauchen wir mal auf gut Deutsch auf die Fresse, damit man auch mal reagiert. Und das war gut in der Situation. Ja, also ich meine, so eine Luxus-Uhr ist ja in dem Sinne auch gerade auf Events auch ein Erkennungszeichen dafür, dass man eben auch Unternehmer ist, dass man vielleicht auch empfänglich ist für Gespräche mit anderen Unternehmern. Und das ist dann Markus in dem Sinne dann auch direkt aufgefallen. Es fällt eben auf, wenn jemand dann nicht dazugehört. Das hat er dir dann in dem Moment quasi vermittelt. Quasi, du gehörst noch gar nicht dazu. Und das hat dich dann so getriggert, dich bei uns einzutragen. Richtig, genau. Ja, cool. Dann erzähl mal von deinem Strategiegespräch. Du hast gesagt, du hattest direkt gekauft. Das heißt, du bist ja quasi vom Abwehrhaltung und ich kann schon alles. Ja, also zu, ich bin dabei. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Also ich bin ein sehr blauer Typ, also sehr analytisch grundsätzlich. Und ich muss einfach konkrete Zahlen, Daten, Fakten sehen, wie ich von A nach B komme, wie ich meine Transformation schaffe, vom kleinen Selbstständigen zum Unternehmer, wo ich hin möchte. Und das wurde mir im Strategiegespräch sehr, sehr klar aufgezeigt. Das heißt, es wurde genau gezeigt, hey, wo stehst du aktuell? Ich habe genau gesagt, was sind meine Probleme? Die Probleme kannst du so, so, so lösen. Und beispielsweise, glaube ich, ein Thema war, dass ich natürlich als Selbstständiger auch nach sehr, sehr viel im Tagesgeschäft damals hing, also sehr viel selber gemacht habe über die Selbstvermarktung, über Vertrieb, über das Fulfillen auch. Und so einfach nicht wirklich mein Unternehmen zum Wachsen bringen konnte, weil ich eben nicht am Unternehmen, sondern im Unternehmen gearbeitet habe. Und da wurde mir damals, glaube ich, extrem gut aufgezeigt, wie das genau geht. Also wie man da rauskommt, an welche Position man zuerst besetzen musste. Beispiel, ich habe immer gedacht, Vertrieb ist Geschäftsführersache. Also ich habe immer nur Vertrieb alleine gemacht. Ich habe gedacht, hey, ich mache alles komplett. Ich stelle Mitarbeiter ein, aber wenn die irgendwas machen, dann ist es vielleicht Fulfillment, aber nicht Vertrieb. Kompletter Denkfehler. Also Vertrieb ist ja extrem wichtig, um auch zu wachsen, zu skalieren, mehr Geld zu verdienen, wieder mehr Mitarbeiter einzustellen. Und das war so der erste Hebel. Und das hat mich extrem überzeugt, auch weil es natürlich Skripte gibt, weil es Anleitungen gibt, weil es klare Fahrpläne gibt, die für mich sehr wichtig sind. Das ist kein Coaching, wo man dann irgendwie nur Calls hat und gesagt, mach das mal irgendwie so und so und so und probiere das mal, sondern wirklich klare Anleitungen, die mir sehr wichtig sind, die ich auch an mein Team so viel weitergeben kann. Und das war mir wichtig und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, Vertrieb ist ja vor allen Dingen auch ein Vollzeitjob. Wenn du quasi permanent jeden Tag Sales Calls oder vielleicht auch noch Setter Calls führst, dann ist ja auch, wie du sagst, keine Zeit mehr da, um am Unternehmen selbst zu arbeiten und eben auch Prozesse zu schaffen oder Anleitungen zu schaffen, von denen du gerade gesprochen hast, die sozusagen Mitarbeiter befähigen, gewisse Dinge im Unternehmen auch zu übernehmen. Ja, sehr gut. Dann bist du ins Training gekommen bei uns. Und was hat sich dann bei dir für dein Geschäft verändert? Ja, also das Wichtigste war, glaube ich, erstmal so eine Status-Quo-Analyse zu machen. Und das war sehr gut, dass ich wirklich selbst reflektiert habe, wo steht mein Unternehmen aktuell und was sind die nächsten wichtigen Hebel? Weil man kennt es als Unternehmer, man hat eigentlich super viel zu tun. Also man kann den ganzen Tag irgendwie Dinge umsetzen. Die Frage ist nur, welche Dinge setze ich zuerst um? Und das sind ja die Dinge, und das habt ihr mir auch beigebracht, die am ehesten Umsatz bringen. Und das war bei mir ganz klar das Thema, dass ich erstmal Struktur reinbekomme, meinen Vertrieb, der war absolut unstrukturiert, weil es eben eine One-Man-Show war, dass ich Vertriebspersonal einstelle, dass ich dieses Set-up-Closer-Prinzip aktiv anwende, das heißt, diese Struktur integriere, um da einfach auch mehr ins Wachstum zu kommen. Und dann im zweiten Schritt ganz klar diese Prozesse aufbauen. Ihr habt ja diese vierteilige Prozessformel bei euch im Training, die mega ist. Also das ist wirklich crazy. Ich habe das integriert, diese vier Schritte. Und jeden Prozess, jeden Bereich, jede neue Rolle, jede neue Position, die wir besetzen, wird immer nach dieser Formel aufgebaut und es funktioniert. Und man hat ja, und so ging es mir irgendwie immer, gerade wenn man die ersten Mitarbeiter einstellt, ich hatte immer diese Angst, hey, ich hoffe, der hat genug zu tun, um auch zu arbeiten und der hat nicht zu wenig zu tun in der Form. Dieses Wutmittelweg, der hat genügend Aufgaben und der bringt mich auch voran. Und wenn man versucht, da irgendwie selber eine Mischung an Prozessen zu bauen vielleicht oder an Erklärungen zu schaffen oder sich irgendwie eine Woche neben dem zu setzen, dem zu erklären, wie er es macht, ist absolut ineffizient und das macht halt keinen Sinn. Aber was halt Sinn macht, ist, eure Formel anzuwenden, um auf der Basis genau strukturiert neue Mitarbeiter zu integrieren und die sehr schnell anzuleiten, auszubilden, dass sie wirklich auch produktiv fürs Unternehmen sind und nachhaltig Verbesserungen oder Umsatz einbringen. Wie sieht das in der Praxis aus, wie du diese vier Schritte vor mir angewendet hast? In der Praxis war es tatsächlich so, dass zum Beispiel bei mir im Vertrieb ein Setter, das heißt jemand, der die Vorqualifizierung von Interessenten vornimmt, ganz klar so gemacht wurde, dass ich erstmal aufgezeigt habe, okay, wie ist eigentlich dein Prozess? Also es kommt eine neue Anfrage rein bei uns. Diese neue Anfrage muss angerufen werden. Es muss ein Skript durchgeführt werden, teilweise dubbel vorgelesen werden. und wenn sie in ein gewisses Raster passt, also die Filterkriterien, die wir gemeinsam definiert haben, stimmen, dann kann sie eben ins Strategiegespräch zu mir weitergeleitet werden. So, mal ganz grob. Wurde so festgehalten, dann wurden eben die Skripte integriert. Ich habe Trainingsvideos aufgenommen, wo ich genau gezeigt habe, wie performt man, wie ist man am Telefon richtig drauf, wie fasst man sich auch mit dem Kontakt, arbeitet vielleicht mit einem System, um diesen Kontakt eben auch richtig zu verarbeiten, richtig zu dokumentieren in der Form. Das habe ich aufgebaut und in der Praxis war es dann so, dass der Mitarbeiter reinkam, ganz frisch, hat sich eben diese Trainingsvideo, die Trainingsinhalte angeschaut, die wir haben, hat das trainiert, dann hat er das vor mir ein paar Mal geprobt und dann habe ich ihn praktisch in die freie Wildbahn gelassen, habe mich natürlich noch daneben gesetzt, dass alles richtig gemacht wird, aber er konnte seinen Job machen. Hätte ich das, glaube ich, nicht so gemacht, hätte er irgendwie wild versucht, irgendwelche Leute zu qualifizieren oder auch zu disqualifizieren, was dazu geführt hätte, dass ich entweder keine Leute bei mir in der Beratung sitzen habe oder vielleicht die falschen Leute. Und durch einen klaren Fahrplan hat das wunderbar funktioniert. Ja, genau. Das ist das, was wir in unseren Trainings eben vermitteln. Wir sagen erst einmal auch, wie wir Mitarbeiter am besten ausbilden, indem man selber auf einem Schulungsportal, wie zum Beispiel Learning Suite, was wir anbieten, genau das beibringen, wie man eben seinen Job erlernen kann. Das findet man alles auf dieser Lernplattform. Man kann da eben Kurse durchlaufen und eben einfach schauen, was sind die nötigen Skills, die ich für meinen Job hier in diesem Unternehmen brauche. Wie hat sich das dann eben bei dir denn umsatztechnisch entwickelt, sobald du diese Techniken etabliert hast? Ja, also wie hat sich das entwickelt? Also ich glaube, anfangs war das natürlich so diese Selbstständigkeit. Ich glaube, ich habe angefangen bei euch, da hatte ich 20.000, 30.000 Euro Monatsumsatz in der Form. Das war so der Anfang, wie ich zu euch kam. Und durch diese Prozesse, diese Mitarbeiterstrukturen, eben auch dieses Scaling Mindset, also wie schaffe ich es, 10x zu denken, größer zu denken, alles aufzubauen, hat sich das Monat für Monat gesteigert. Unser stärkster Monat war jetzt 306.000 Euro, was wir gemacht haben. Also mega, mega geil. Also richtig, richtig Bombe. Und was für mich immer einfach wichtig ist, ist diese Stabilität. Du hast ja gerade im Agenturbusiness, und das hatte ich früher auch immer, diese Schwankungen. Also du machst mal mehr Umsatz. Also grundsätzlich läuft das, also merke ich auch bei vielen Freunden, die nicht bei euch sind, oder bei mir früher tatsächlich, da habe ich das immer mitbekommen, man macht irgendwie Hardcore-Vertrieb, dann macht man im Monat mal mehr Umsatz, dann hat man neue Kunden, diese Kunden muss man fulfillen. Das heißt, man stoppt seinen Vertrieb wieder, macht dann im nächsten Mal wieder weniger Umsatz, wo man ja Fulfillment machen muss. Und dann merkt man, ich brauche Umsatz, also mache ich wieder mehr Vertrieb und lass meinen Fulfillment schleifen, was dazu führt, dass Kunden unzufrieden sind und vielleicht sogar kündigen. Also bis zu dieser dauerhaften Schleife, die halt so ein Worst-Case-Szenario irgendwann darstellt, weil du einfach nicht wächst. Und das war für mich einfach wichtig, zu wachsen, Stabilität in meinen Vertrieb, in meinen Umsatz reinzubekommen und sich eben wirklich auch drauf zu verlassen. Und heute ist es so, ganz ehrlich, wenn mal eine Woche nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich diese Gewissheit, die nächste Woche wird geil und die wird auch immer geil. Also diese Ruhe einfach da ist. Genau, weil man einfach statistisch weiß, okay, das kann mal passieren, dass man in der Woche etwas weniger ist, aber in der nächsten Woche ist es, weil es einfach Gewohnheit ist und weil es nichts anderes ist als Statistik, dass so ein Aufstiegsprozess, der geht halt eben weiter, so ein Wachstumsprozess, auch wenn da mal eine Woche weniger performt als die nächste. Erzähl doch mal, wie du dieses Pendel, von dem du eben gesprochen hast, woran viele Agenturen kranken, ja, dass sie eben, oh, jetzt muss ich mehr Vertrieb machen, okay, jetzt kommen Sales wieder rein, aber in der Zeit, wo ich Vertrieb mache als Geschäftsführer, da läuft das Fulfillment, das heißt, die Erbringung der Dienstleistung nicht, da sind dann Kunden umzufrieden, also muss ich schnell wieder dahin, quasi den Brand löschen und dann, oh, jetzt kommen wieder keine Sales, jetzt muss ich hier wieder den Brand löschen. Wie hast du mit unserem Coaching, ja, dieses Pendel sozusagen durchbrochen? Ja, also ich glaube, es ist wichtig, als Geschäftsführer dazu erst einmal in die Vogelperspektive zu gehen und genau zu schauen, okay, welche Abteilungen habe ich als Agentur und wie kann ich diese Abteilungen steuern, ohne in der Abteilung aktiv zu sein, so. Und das habe ich gemacht, ich habe wirklich schon oben geschaut, ich habe eine Fulfillment-Abteilung, ich habe eine Vertriebsabteilung, natürlich auch noch Finance, HR, die andere Abteilung, aber ich gehe mal auf diese beiden Fokusabteilungen ein und habe mir genau geschaut, okay, was ist für mich, also was tue ich aktiv noch darin und was muss ich schnellstmöglich auslagern? So, früher, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich die Settings geführt, ich habe die Strategieberatungsgespräche geführt, ich habe dann im Fulfillment die Projektplanung gemacht, ich habe mich ums Copywriting gekümmert, ich habe mich darum gekümmert, die Funnels zu bauen und ich habe mich gekümmert, die Werbeanzeigen zu schalten. Also es war alles bei mir so gesehen und genau das passiert, wenn du dich auf eine Sache dann fokussierst, bleibt die andere Sache irgendwo hängen. Also habe ich geschaut, okay, wie bekomme ich erstmal diese Prozesse, diese Rollen, die ich gerade beschrieben habe, prozessiert? Also wie schaffe ich zum Beispiel das Thema Copywriting? Copywriting ist ja ein sehr kreativer Job, weil man Texte schreibt, aber dennoch schafft man es daraus, einen Prozess zu machen. Weil im Grunde genommen macht man ja häufig immer das Gleiche, das heißt, einen Werbetext zu schreiben ist von Aufbau her, von der Formel her ähnlich. Man muss es eben nur adaptieren auf verschiedene Kundencases. Und das habe ich eben mit euch prozessiert, also wir haben daraus ein System gebaut und dann habe ich dafür einen Mitarbeiter gefunden, einen Mitarbeiter, der tatsächlich gar kein Know-how darin hat, der wirklich sehr frisch war, ich glaube, er hat eine Ausbildung gemacht, der ist auch heute noch bei mir, der Mitarbeiter natürlich, und habe ihn da angelernt, habe ihm gezeigt, hey, so machst du das, hier hast du eine Vorlage, diese Vorlage adaptierst du auf den neuen Kunden und dann schickst du es mir zum Checkup, ich schaue es durch, okay, Checkup, ready, so in der Form. Und so eben mit jeder Rolle, jeder Aufgabe genauso gemacht, also wirklich geschaut, was tue ich, wie kann ich es in kleine Schritte runterbrechen und wie kann ich es skalierfähig gestalten. Und als ich das eben gemacht habe, habe ich eben dann auf mehr und mehr Rollenpersonen eingesetzt und so konnte ich mich eben darauf verlassen, dass es einfach funktioniert. Und heute ist es tatsächlich so, also wie ist meine Praxis heute, ich bekomme praktisch jeden Tag aus jeder Abteilung einen Controlling-Bericht geschickt, immer am Morgen bis 9 Uhr will ich den haben. Das heißt, Vertriebsleiter schickt mir, hey, das sind die Zahlen von gestern, so viele W-Versuche, so viele Termine haben wir gemacht, so viele Abschlüsse haben wir gemacht. Aus Fulfillment genauso, hey, aktuell sind so viele Projekte in der Erstellung, so viele im Copywriting, so viele im Webdesign, so viele haben wir ausgeliefert schon an Kunden zum Beispiel. Und so sehe ich auch genau, hey, wo hakt irgendwas, wo es vielleicht irgendwo ein Engpass und kann dann direkt sagen, hey, da ist eine Quote, die nicht erfüllt ist, den möchte ich besser haben, da bitte sofort nachjustieren und darum kümmern sich eben jetzt auch meine Führungskräfte. Und das ist halt geil, weil so bin ich nicht mal operativ im Geschäft tätig, sondern kann wirklich strategisch von außen schauen und mich um andere Dinge kümmern. Perfekt. Ja, weil häufiger Fehler ist ja, dass man am Anfang, wenn man Mitarbeiter sucht, dass man erstmal so eine Kopie von sich selbst sucht. Dabei ist es viel wichtiger, das zu tun, was du eben gesagt hast, nämlich, was mache ich eigentlich jeden Tag für Arbeiten, wie kann ich die in kleine Steps aufteilen, was sind das dann für Rollen und dass man dann eben genau diese Rollen besetzt mit Mitarbeitern, also quasi immer nur ein Teil seiner Kompetenz, ein Teil seiner Kompetenz an Mitarbeitern schult und du dann quasi oben drüber aus der Vogelperspektive das alles angucken und steuern kannst. Genau. Perfekt. Jetzt sehen wir ja bei dir, dass es halt phänomenal gut läuft. Wir haben eben gehört, der beste Monat schon über 300.000 Euro Umsatz, hast jetzt hier dein Award abgeholt für 250.000 Euro Monatsumsatz, also schon deutlich übersprungen. Dann erzähl mal, wie es zu diesem Erfolg jetzt kam, was machst du denn genau für die Immobilienmakler? Also beleuchte einfach mal, was dein tägliches Geschäft ist. Genau, richtig. Also Immobilienmakler, Immobilienunternehmer kommen zu uns häufig mit zwei Problemen. Also entweder sie haben keine Objekte, die sie verkaufen wollen oder verkaufen können. Das heißt, ihr Bestand, Objektbestand ist leer oder ihr Objektbestand ist mit falschen Objekten gefüllt, nämlich mit überzogenen Preisen, die sich einfach nicht schnell am Tag drehen lassen. Ein Problem. Das zweite Problem ist, dass Kunden zu uns kommen, die einen vollen Objektbestand haben, aber keinen Zugriff auf Käufer. Weil gerade ist es so, gerade in Zeiten, wo die Zinsen gestiegen sind, ist es ganz einfach so, dass weniger Leute sich Immobilien leisten können. Aber, und das ist das große Aber, es gibt immer noch genügend Käufer da draußen. Es gibt immer noch genügend sehr solvente Personen, die ein hohes Nettoeinkommen haben oder die entsprechend Kontostand haben, um diese Immobilien auch Cash zu kaufen zum Beispiel. Und auf die kann man sich eben fokussieren. Aber man findet Verkäufer wie auch Käufer nicht mehr über Portale. Und das ist eine klare Aussage, die ich täglich sehe, die ich auch ganz klar treffe. Weil ganz häufig ist man so, dass man ja sagt, man hat eine Immobilie, man stellt die auf ImmoScout zum Beispiel. Und dann wartet man darauf, dass sich irgendjemand meldet. Das passiert aktuell einfach nicht mehr. Aktuell sind die Portale überschwemmt, es kommen keine Käufer und so weiter. Passiert nicht. Das heißt, was musst du machen? Du musst diese Person zielgerichtet ansprechen. Du musst eine Werbeanzeige machen. Hey, ich bin Makler aus der Region Koblenz zum Beispiel und ich kümmere mich darum, deine Immobilie richtig in Szene zu setzen und diese schnellstmöglich zum besten Preis zu verkaufen zum Beispiel. So, ganz grob gesagt. Wir machen das natürlich viel feinschichtiger und so weiter, mal ganz grob. Da wird eine Werbeanzeige gestaltet und diese Werbeanzeige wird personenspezifisch angezeigt, die wirklich aktuell auch verkaufen wollen zum Beispiel. Und das ist genau das, was wir machen. Das heißt, unsere Kunden erhalten dadurch ein Fließband, einen Strom, einen konstanten Strom an Verkäufern oder Käufern, je nachdem, was sie wollen und auch beides meinetwegen und sind somit unabhängig von Portalen, unabhängig von Kaltakquise, können sich wirklich auf ihre Kernkompetenz, nämlich das Maklersein, das Immobilienunternehmersein, fokussieren und müssen nicht mehr wie ein Hampelmann irgendwelche Marketingwerbeanzeigen schalten. Das machen wir komplett alles. Wir wollen einfach nur am Anfang des Tages wissen, was brauchst du? Käufer, Verkäufer oder beides? Und dann gehen wir in die Umsetzung. Wir bauen Webseiten, Landingpages, schreiben Texte, Werbeanzeigen. Ich habe ein Team, ein Performance-Team, was auf Tagesbasis die Werbeanzeigen kontrolliert, optimiert, skaliert in der Form. Genau, und das machen wir. Und Resultate sind, je nachdem, dass unsere Kunden drei bis sechs, sieben Alleinaufträge jeden Monat bekommen. Und jeder Makler weiß, Alleinauftrag, wenn man gut ist, kriegt man den auch verkauft. Das hört sich dann auch so an, als ob du von der aktuellen Situation auch enorm profitierst, weil vorher, wenn auf ImmoScout was war und dort dann die Leute eben Käufer auch so gefunden haben, dann war es ja wahrscheinlich schwieriger. Oder wie hat sich das dann entwickelt? Schon genau richtig, ja. Richtig. Also man versucht natürlich immer noch alte Wege zu gehen und viele Makler versuchen das immer noch. Aber ich sage ganz klar, man muss sich an die Zeit wie so ein Chameleon anpassen. Und wenn man halt merkt, ich bekomme keine Käufer mehr über Portale, dann muss ich umdenken. Dann ist es ganz einfach so. Und das haben wir sehr früh erkannt. Wir waren, sobald diese Krise, sage ich mal, in 2022, Q2, Q3 so ein bisschen begann durch politische Situationen und so weiter, waren wir sehr, sehr früh, dass wir gesagt haben, wir bieten diese Angebote an. Wir haben tatsächlich, und das war auch ein Hinweis von euch dazu mal, während viele Agenturen, Mitbewunderer von uns, sage ich mal, ihre Budgets runtergefahren haben, weil sie gemerkt haben, hey, die Makler, sie kaufen nicht mehr, da geht irgendwie nichts mehr so richtig, haben wir genau das Gegenteil gemacht und wir haben richtig angegriffen. Und wir haben tatsächlich in der Zeit jetzt so viele Kunden dazugewonnen, haben so viele tolle Partner dazugewonnen, weil es ganz einfach so ist, Marken, Mobilunternehmer brauchen jetzt mehr Hilfe denn je. Weil in den letzten zehn Jahren war das ein goldenes Butterbrotgeschäft. Also Immobilien kaufen zu verkaufen war gar kein Problem, das konnte jeder machen. Aber heute muss ich einfach mehr können. Also ich muss sichtbarer sein, ich muss marketing können, ich muss Vertrieb können. Und als Immobilienunternehmer sollst du dich auf deine Kernkompetenz fokussieren und das Marketing machen wir und dann funktioniert es eben. Klingt so, als ob das alles eben jetzt enorm auch rund ist, angemessen an dieser Situation, die wir gerade haben, dass die Zinsen halt nun hoch sind, aber noch die Preise sich dem auch noch nicht so ganz angepasst haben, weil wir eben aus einer Niedrigzinsphase kommen und dementsprechend die Immobilienpreise immer weiter gestiegen, gestiegen, gestiegen sind. Und jetzt eben sind wir in der Situation mit gestiegenen Zinsen, dass sich die meisten oder sehr viele Leute nicht mehr einfach so eine Immobilie auch leisten können und dass man eben genauer auf die Suche nach Käufern gehen muss. Richtig, genau. Vielleicht dann noch so ein Punkt dazu. Also Käufer ist extrem wichtig, aber genauso sollte man auch weitere Immobilien akquirieren und die Immobilien, die mit realistischen Preisvorstellungen daherkommen. Das ist halt sehr wichtig, weil klar, wenn ich heute sage, ich verkaufe eine Immobilie und da kommt jemand, der noch Preise von vor fünf Jahren haben möchte oder vor vier Jahren, das ist einfach nicht mehr realisierbar. Aber was halt wirklich wichtig ist, Immobilien zu bekommen, die gute Preisvorstellungen haben und die sich einfach auch schnell drehen lassen. Das sollte man machen. Also das ist eigentlich mein Tipp, so auch an die Immobilienunternehmer, die da zuschauen. Macht eines, ganz klar, fokussiert dich auf die Objektakquise, das heißt schnell drehende Objekte zu bekommen, Objekte, die sich schnell verkaufen lassen, aber gleichzeitig eben auch auf Käufer Solvente-Käufer, die diese Immobilien kaufen und dann schaffen wir es. Also unsere Kunden sind ungefähr, Immobilie kommt rein, in 30 Tagen beim Notar circa. Also im Monat ungefähr braucht es und dann dreht sich die Immobilie. Super. Genau. Schneller, guter Prozess. Jo. Sehr schön. Was sind jetzt deine Ziele, jetzt wo du schon hier den 250k Award eingeheimst hast, wie soll es weitergehen und wie willst du das erreichen? Ja, also wie soll das weitergehen? Also wir wollen natürlich weiter wachsen, weiter skalieren, wollen unseren Geschäftsbereich weiter ausbauen. Wir arbeiten natürlich sehr intensiv mit Maklern zusammen, haben aber jetzt natürlich auch schon viele weitere Zielgruppen dazu genommen in der Immobilienbranche. Ich habe gerade schon gesagt, Bauträger, Projektentwickler. Also wir wollen der Ansprechpartner für die Immobilienbranche werden. Das sind wir schon sehr aktiv mit euch auch dabei, das eben eine weitere Art von den Zielgruppen weiterzubringen. Des Weiteren, auch das machen wir jetzt schon, das sind auch in den ersten Berührungspunkten dabei, dass wir der Full-Service-Partner sind. Das heißt, für einige unserer Kunden machen wir jetzt auch schon Mitarbeitergewinnung. Für einige unserer Kunden machen wir auch schon Prozesse und Digitalisierung. Das heißt, wir haben natürlich viele Immobilienunternehmer, die auch höhere, größere Strukturen haben mit mehr Standorten, wo wir noch intensiver arbeiten, wollen einfach der Nummer-eins-Ansprechpartner für Immobilienunternehmer werden. Sind ja sehr gut dabei, wie gesagt, und machen das mit euch auch sehr intensiv in der Zusammenarbeit. Und das ist ganz klar das Ziel. Und dann natürlich 500k Award habt ihr, glaube ich, noch. Den 1-Milio Award habt ihr, glaube ich, auch noch. Genau, also von daher. Der wird sich noch geholt. 100%. Ist noch Luft nach oben. Genau. Aber das ist das, was du gerade gesagt hast, ist goldrichtig. Also wenn man einmal gute Partner gefunden hat, gute Kunden gefunden hat, dass man einfach auch dranbleibt als Agentur und eben guckt, welche Probleme von euch kann ich denn noch lösen, dass das du eben als Full-Service bezeichnet hast, genau das ist es, um halt eben weiter dafür zu sorgen, dass der Kunde bei einem bleibt, dass man weiter eben diese Probleme löst und parallel natürlich auch immer weiter Neukunden gewinnt. Und so geht der Weg dann eben weiter nach oben. Gibt es noch ein aktuelles Learning, außer das Full-Service anzubieten beim Kunden, was du gerade umsetzt bei dir? Also aktuell noch ein wichtiger Punkt, den wir wirklich machen, ist das Thema Mitarbeiterführung. Weil je größer man wird, je mehr Mitarbeiter man einstellt, desto, ich sag mal, desto unpersönlicher wird es zum Teil, weil wenn du einfach Mitarbeiter hast, kannst du nicht mehr mit jedem jeden Tag reden. Das ist einfach so. Und was mir da einfach sehr hilft, ist, Mitarbeiter durch Prozesse zu führen. Also nicht mehr irgendwie auf Emotionsbasis zu schauen, wie schreibe ich da eine Mail oder eine Slack-Nachricht an den? Ist da ein Smiley dabei oder nicht, damit er sich gut fühlt zum Beispiel? Also sowas hatten wir ja auch. Und diese Mitarbeiter passen dann einfach vielleicht nicht zu uns. Auch das ist der Punkt, weil wir brauchen Mitarbeiter, die sich an Prozesse und Strukturen halten, sodass man sie eben auch wirklich danach führen kann. Und das wirklich zu etablieren, auch immer zu hinterfragen. Auch da hatte ich jetzt, glaube ich, vor vier Wochen einen sehr intensiven Call mit Markus gehabt. Da war ich im Live-Call, habe da ein Thema gestellt zu einer Führungskraft, wo es ein Problem gab, genau in diesem Bereich, in der Form. Und er hat mir sehr genau gesagt, wie ich damit umgehen soll. Hat mir genau gesagt, du machst jetzt einen Termin mit der Führungskraft. Du sagst genau das, 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 das. Und je nachdem, wie er es sich verhält, entscheidest du, wie es da weitergeht. Und das war tatsächlich ein super Gespräch. Es hat sich alles gelöst. Die Führungskraft ist besser, happier, performt besser denn je. Und das ist natürlich auch für mich mega. Also sowas genau zu besprechen war sehr intensiv. Genau. Cool, sehr schön. Wenn jetzt Immobilienmakler zufällig dieses Video sehen, wie können sie sich denn eigentlich finden? Genau, also finden auf schneider-marketing.com. Das ist unsere Webseite. Da haben wir viele Informationen, was wir umsetzen, was wir machen. Auch Testimonials, Kundenbewertungen von uns drauf. Da gerne mal eine kostenfreie Anfrage stellen. Dann hachen wir ein Beratungsgespräch, sprechen miteinander, schauen, ob wir zusammenpassen. Und wenn ja, geht es dann nochmal in ein intensiveres Strategiegespräch über. Ansonsten natürlich auch gerne auf Instagram, hansschneider.de, bin ich sehr aktiv unterwegs. Genau, das sind die Kanäle. Super. Und wenn du Coach, Berater, Dienstleister oder Inhaber einer Agentur bist, so wie der Hans hier, dann komm doch auch mal zu uns ins kostenlose Erstgespräch, damit auch du eine Erfolgsgeschichte schreiben kannst und vielleicht auch irgendwann mal deinen ersten Award in den Händen hältst. Geh dazu auf www.andreasbaulich.de, trag dich ein und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder.